Hallo, mein Name ist Sebastian Theissen und ich würde gerne das Projekt Greenbee von unserem Team vorstellen. Der Bau- und Gebäudesektor ist einer der größten CO2-Produzenten der Welt. Es liegt unter anderem auch daran, dass wir als Verbraucher keine richtige Möglichkeit haben, zu prüfen, ob Bauprodukte umweltschonend oder gesundheitsorientiert hergestellt wurden oder nicht. Daher haben wir in unserem Team Greenbee eine App entwickelt, mit der wir mittels Scan von Strich- und Barcodes Bauprodukte nach ökologischen, ökonomischen, sozial gerechten, aber auch gesundheitsorientierten Kriterien vergleichen können. Als Grundlage dazu verwenden wir Ökobilanzergebnisse, chemische Zusammensetzungen, Umweltzertifikate, aber auch soziale Standards, die uns dann helfen, ein vereinfachtes Bewertungsformat dem Verbraucher an die Hand zu geben. Und dadurch ist er letztendlich auch in der Lage, eine ganzheitlich bessere Produktauswahl zu treffen. Und andererseits können wir auch Hersteller und den Markt motivieren, ihre Produkte nachhaltiger und auch kreislauffähiger zu konzipieren und herzustellen. Das heißt, das ist wichtig. Vielen Dank.